Drei, zwei, drei, wenn du Julia schießt, schieb Kapuze aus. Don't do it. Don't do it. Do it. Do it, Nils. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde TTT. Wir sind dabei heute Dalu, Mauro, Juli, Kapuze, Kondrian, Maxi, Fiss, Nils, Tauter, äh Alex, Play-Node Items. Hi. Hallo. Für alle Kinder Rückkraft gefunden. Wir haben mich in den Pairing gezogen. Du hörst hoch. Die Falle ist, rennst rein und färst. Bist du doof, Nils? Was war das denn? Wer bist du denn? Komm her. Wer bist du? Wer bist du? Wer bist du? Wer bist du? Hey, warum schlägst du Dalu? Nee, danke. Nee, wer bist du denn das? Warum schlägst du Dalu? Ja, genau. Wollen wir jetzt die Frage, ja? Kapuze, brauchst du einen Rückkraft? Ja, ja, ja. Oh, danke. Oh, du Schlägerloch. Ich frage nicht, danke. Ich bin einfach mein Tochter. Da würde ich auch fassen, Maxi. Ich auch. Ey, überall, wo du hingehen willst, sind schon welche. Achtung, Fisk, Klaus. Nein. Entschuldee. Oh, was ist denn hier für ein Loch? Wir haben ja damit seine Weifos. Wie kommt man hier? Wo bin ich denn? Ich stelle eine Kiste drauf. Oh, nee. Lebst du noch? Ja, ich schläbe. Nein. Oh, oh, shit. Da war ich noch dran. Okay. Oh, da oben. Hier. Oh, ha, ha. Ah, ha, ha. Sie eingebrochen. Da, wo ist es? Alex, Kapuza hat dich gerade gecallt. Kapuza hat dich gecallt. Alex, was ist hier? Hallo, ist es. Ich will eine Waffe. Dead Ringer dann. Kapuza hat ihn gecallt, bevor er gestorben ist. Also Alex wurde einmal laut gerufen, ja. Da, Dead Ringer, Dead Ringer. Du hast den Dead Ringer gehört. Ich habe ihr schruffelt ins Gesicht geschossen. Oh, Bomben. Bolle. Das ist Fisk. Bad Crap? Es kann halt aber immer noch Dalu sein, weil Alex hat Dalu geschrieben. Ja, natürlich hat er Dalu geschrieben, er wurde überführt. Nein, nein, Alex ist immer noch tot. Dalu ist es wirklich. Hallo. Hallo ist da drin. Bank gleich. Aber irgendein Dead Ringer ist auf jeden Fall angegangen. Kapuza hat den Dead Ringer gerade. Und der lebt, der ist dead. Dalu ist da drin. Pain. Der Kapuza. Dalu schießt auf Pain. Oh, ich habe die auch noch. Moin. Steuernst du hier, geschlossene Gesellschaft. Scheiße. Hallo, Alex. Das war interessant. Der Shackle ist down. Sind die hier? Fisk, wo sind die? Ich glaube, dass Dalu oben rechts drin ist. Ich glaube, dass Dalu der andere ist. Ja, ja. Komm hier nicht raus. Weil er wurde halt gecallt. Mann, ich komme hier nicht raus. Im rechten Zimmer ist Dalu noch. Probier es, items. Ja, ich glaube, wir sollen nicht reinhören. 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 Fuck, fuck, inge. Oh, shit. Nein, ich glaube nicht. Julie. Jemand hat mich angeschossen, sorry. Julie, jemand schießt sich da draußen an. Ich bin so damned. Das war nicht von draußen. Heiland, zack. Das Items hier draußen noch. Ne, ich bin im Haus. Oh, das ist gerade irgendwo was explodiert. Ah, du hast, glaube ich, Dossing, glaube ich, nicht erwischt. Vorsicht, da kam er gerade raus. Er ist auf Brand. Nee, ist rausgefallen, er ist gestorben. Okay. Sicher? Okay. Dalu ist aber inno. Nee, das ist nur ein Deadringer. Beagle Crash. Oh, nein. Nein. Es geht weiter in 3, 2, 1. Kunrad. Und mit den Worten geht es weiter. Kunrad. 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 Ich war schon Piet. Kunrad verspuckt. Meine Pizza ist kalt. Pizza? Deswegen hat das so lange gedauert. Warum? Ich will schon gar nicht, Moni. Das ist mein Aufwand zum Brenn, der Scheiß. Ich muss kurz meinen Sushi wegpacken. So gut, ich bin lang. Ich werde, bin weit genug weg. Werf da jetzt eine Nate rein? Wer ist einer ohne Sushi? Hat er Lappen? Äh, ich werfe jetzt hier eine Nate an. Hat er Lappen? Werf, wer ist hier ein Lappen? Aua. Ach ja, du hast dein, okay, du hast dein Totemicht gesetzt. Ich wollte gerade sagen, von was wurdest du jetzt getroffen? Hallo, Julie Wörsel. Hallo. Oh Gott. Items ist es, Hilfe, Items ist es auf jeden Fall. Ich frag mich, wer der Lappen ist. Hilf, Items, Hilf! Ist doch, glaube ich, haben wir denn die Pfeil rein? Ui, ja. Wow. Das war so knapp. Ich dachte, ich hätte dich mit der Kiste weggehalten. Hallo, Julie. Hallo. Guck mal, eine Plasma. Dust du Julie nicht? Sie ist eine liebe Person. Eben. Ganz genau. Und ein Spirit. Und ein Spirit. Julie und Lapuerte sind im Deathscript. Ja, wahrscheinlich nicht. Was? Items schummelt. Items tietet. Und? Items, Items hat kein Falscher angekriegt. Julie, pass auf dich. Ich hab zwei Falle. Du auch, gell? Du auch. Items ist das wie... Er wurde respawned. Items hat... Oh, er hat sich respawned. Ich stehe hier neben dem Flok, die sieht, dass ich ein bisschen angeschlagener bin. Boah, das geht. Items, du hast gerade einen Fall von der Burg überlebt. Das gibt keinen Weg. Nein. Doch, du kannst an der Leiter. Kannst du hängen bleiben? Wir bleiben hier, ja. Hier ist gut. Doch, ich höre zu, Julie. Das ist gut. Danke. Items, spring noch mal. Ohne... 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 Was hast du da vorhin? Ich bin gerade in den Effekt verflogen. Also, ich weiß ja von ganz oben runter auf den Boden. Ja, Moment. Ja, ich bin in der Ball, wa? Ja, ein Nils wird gekommen. Du! Nein, nein, nein! Nein, Nils! Nein, Nils! Nein, Nils! Wenn du Julia schießt, schieb Kapuze auf. Don't do it. Don't do it. Do it. Do it, Nils. Was kommt jetzt an auf unserem Balkon hier? Ja. Wir müssen mal kurz den Fall testen machen. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Hinter dir, Kapuze! Das musst du jetzt nicht doch mal machen. Doch, doch! 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 Wer items gleich anschießt während des Schildsprungs. Das wäre ich dann aber umgekommen. Das wäre mein... Dein Colter gar nichts losgegangen. Ja, haben sie vertreten, Kapuze. Ja. Ja, ja, der Spirit da hinten, den du gerade losgebrochen hast. Der Spirit ist schon eine halbe Ewigkeit unterwegs. Aber der ist gerade... Der hat... Der Flocke ist da gerade einfach dran vorbeigelaufen. Der rollt voll auf Flocke zu, rollt vorbei an Flocke und Flocke sagt nicht, sondern läuft gerade raus gegen die Kisten. Also entweder war sie schocken und hat das nicht mitbekommen. Ja, ja, ja. Außerdem, Flocke, guck mal links von dir. Oder drüber dir, wo du gerade rüberläufst. Über den Schildern, der liegt... Ja? Wo bist du? Okay. Okay. Schwachsinn. Kunran ist es. Tu die Kunran ist es. Voten. Ist das Kunran? Tu die Kunran. Wie sicher bist du denn, Yilds? Achso, steht der Befehl. Kunran. Kunran. Kunran hat gerade Flocke auch verteidigt. Freil zum Abschuss. Kunran hat mich verteidigt. Be safe. Gerade eben. Du auch. Als sie gesagt hat, dass du den Spirit losgelassen hast und sagte Kunran. Der ist schon eine halbe Ewigkeit da sofort. Er hat gerade durch die Wand... Kunran, wenn du markiert bist und durch die Wand totem kaputt machst, dann sehen wir das. Er treter. Er treter. Das ist wahrscheinlich gerade Flocke gestorben. Ja, macht. Viel Spaß. Ich glaube, Flocke wollte gerade... Ist es möglich? Du weißt jetzt, wo er ist, ja? Vom Shinigami? Na? Na, ich glaube nicht. Er hat wen abgestockt. Nein. Gibt es da noch Punkte drin? Ist Flocke Shinigami geworden? Ich habe mich auf mich aufgepasst. Wie kann ich das... Komm rauf, Juli. Habt ihr gerade... Geht um, Hatter. Maru, hast du gerade... Maru, du hast gerade den Shinigami erschossen, oder? Nein. Doch, Hatter. Doch, Hatter. Hast du an der Stimme gehört? Ja, ja. Was ist sowas von? Ja, ja. Das ist... Shinigami ist vor allem hochgerannt und plötzlich hört man nur so BAM 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 und... Also Maru und Kunran, aber Kunran ist... Die Dede sollen immer bei uns abhängen. Gucken wir schon wieder an. Ich bin auch der Meinung, dass wir... Ich glaube, dass vielleicht Julia oder Kapuze einer von beiden sind. Oh, come on. Nein. Ist egal. Die sind ja im Death Crip. Ist wirklich einer sterben. Ich glaube, dass einer von beiden tot im Anteil ist. Nein. Ich bin tot im Anteil ist Kunran, oder nicht? Ich bin auf jeden Fall Kuni. Ich bin auf jeden Fall Kuni. Er war mich... Er war... Aber ich bin's nicht, Nils. Ich bin's nicht. Mir auch nicht. Auch wenn du das brauchst. Hier hinter mir. Da, Lu. Tau, Tau. Du warst schon längst tot, mein Freund. Nee, war ich nicht. Das ist Confirm Trader. Okay, Tau, Tau. Wo ist das? Es steht wieder Alisson's Jackal. Es steht noch. Ist er hier? Ja. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er, Nils? Wie ist er tot? Ja, wo ist er denn? Er ist wieder da. Shit, du Arsch. Da. Wir kriegen nix mit Kapuze. Dalu Cut, bist du noch da? Wir kriegen nix mit hier. Ja. Es ist er da. Wer ist es? Es ist er da. Es ist er da. Wer ist er da? Es ist er da. Der letzte ist Maru. Ja, das... Ja. Maru und wer noch? Nein, nur Maru. Er lebt sonst keiner mehr. Julie Kapuze könnte auch Schakal sein, nicht? Aber wir schießen einfach alle zusammen mal. Ja, aber dann stirbt er auch, wenn er mich killt. Das machen wir. Aber erst benebe ich Nils wieder. Ja. Das wäre nicht cool. Julie, pass auf dich auf. Du auch? Be safe, Julie. Julie Börsel LP. Da unten liegt aber gut. Oh, das ist ein bisschen! Hey! Hehehehe. So, ich muss noch da drücken. Mist. Hopp! So, jetzt fliege ich mir halt auf. Ich weiß nicht, was du gesehen hast, Janu, also Traitor ja, aber wenn die Idee war, hat er doch von keinem Totemhunter. Janu, warum hast du nichts erschossen? Hä? Hab ich nicht. Doch. Nein, Maru hat mich getötet. Ach so. Ich hab da gesagt, weil halt da der Kerl war. Da, da, da. Kein Fehler. Ich hab mich hochgeportet. Gut. Aber was ist das für ein Item, das das macht? Die Uhr. S-H-T-M heißt die. Dann musst du dreimal oder zweimal rechts drücken, bis du auf Teleport bist. Die macht nämlich was anderes noch. Was macht die noch? Slow-Mo und Nella, Zeit langsamer. Ach so. Das ist halt normal. Okay. Ich hab zum ersten Mal den Dabbringer verwendet. Du kannst auch nur einmal den Dabbringer. Den Dabbringer. Zum ersten Mal. Den hast du letzte Runde schon verwendet. Nee, aber zum ersten Mal. Du kannst einmal den deportieren. Aber zum ersten Mal Nils. Wir haben ein erstes Mal. Ich wollte dich überhaupt wieder beleben, da kam Nils. Hallo. Roll Alexander. Ja, obwohl ich hab keine Waffe. Hast du schon wieder einen Dabbringer? Hast du eigentlich meinen? Hast du den Boom-Buddy benutzt? Ich geb den Waffen. Items, nicht da rein. Das ist eine Traitor-Falle. Items, da musst du rein die Waffe holen. Items ist tot. Items, gut. Wir sind ins Bad gegangen oder was? Potem wurde zerstört. Potem wurde zerstört. Potem wurde zerstört. Ich sag das nicht. Und... Oben. 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 Oben, ich habe einen Witz. Ach. Genau, das ist Geil. So was passiert. Ich kenne den tollen Witz. Wer ist denn da drinnen, Payne. Oh Gott, ich wär fast schon wieder in die Falle gelaufen, ey. Oh. Ich kenne den tollen Witz. Ich habe meinen Witz voll bergeriert. Lauf mal die Falle. Okay. Wer findest du sie alle? Ja, schießt auf dich Payne. Ich werde, ich werde, ich werde erschließen, wenn ihr da rauskommt. Der Items hat mit einer Diegel einmal auf mich geschossen und verfehlt. Das ist ein Bum. Okay. Ich dachte, der Items ist tot. Hier ist gerade einfach eine Kiste verschoben. Was ist Mimics? Irgendwelche Items. Wenn man das Gesicht verzieht, das ist eine Mimics. Hallo Kondra. Willst du mich umbringen? Hallo Nils. 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 Ich bin die ganze Zeit bei Juli. Nils, I'mimics. Hilf wahrscheinlich mimics. Wir trauen dir nicht. Hallo, der will mich töten. Ah shit. Wer denn? Wo denn? Wer denn? Nils ist denn für gerade لو? Nils ist es. Nils ist es. Wie safe ist das? 100.000%. Hallo Komi. Oh meinem Gott. Da war der Komi Items. Vorsicht Conversation. das sind dies jahre haben wir jetzt schon ich habe nicht gesprochen du bist ein ja 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 da hast du noch fast geholt ich hab's ja gewusst und wusste dass ich von kaputt beworfen worden bin und dass du den boom body gelegt hat ja den habe ich angeklickt habe ich schon wieder in der falle gelaufen das bin diesmal wieder ich aber ich sterbe doch nicht nur weil ich das ist eigentlich verboten also eine lemonade nach oben werfen und dann einen da drunter du kannst sie auch vor die leite in die falle stellen und dann spoten dass einer rein in die falle ist natürlich auch ein schönes mädchen gibt's gut in das rechte kannst du rein das linke nicht aber ich glaube du warst in dem linken ich glaube ich sterbe gerade wahrscheinlich ja ich hänge auf der leiter fest und kann mein totem nicht platzieren jetzt kommt ja ich bin nur auf achten drei stockberg wo warst du ja glaube er ist aber ich habe einen credit bekommen deswegen hat er nicht gesagt wo er war was ein traiter hat ein traiter geportet davon können wir ausgehen oder wahrscheinlich aber ja aber ich wüsste jetzt auch nicht nein doch 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 bei kapuze was ist bei mir ja die ist die leiche wo da drin ja gut was meine ich da so ja ich wollte dich reinschirmen ja ich wollte dich reinschirmen ok 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 rein in den dunklen Raum haha ne die tür ist offen oh die leiche ist nochmal gestorben haha die leiche ist nochmal ja guck mal nochmal was macht ihr jetzt was wird das für ein trick oh oh kapuze ich will doch die scheiß waffe haben jetzt ist es abgeschlossen ich will hier raus ich will hier raus ich will hier raus die leiche will ihre ruhe es sind zu viele es sind zu viele hey spring kapuze war drinnen ich glaube es geht eh nicht ne hab die da jetzt einen drinnen eingesperrt nein ich glaube die die tür ist viel zu langsam du kannst du er ist zu weit reingerannt oh kapuze 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 ich bin doch dümmer ich bin da reingerannt Leute wollt ihr da wirklich alle auf einem Haufen stehen ja das ist super geil oder hier darf ein tray dabei sein oder es passiert nämlich nichts wir bleiben hier oben oder maxi aber wenn da ein Traitor bei gewesen wäre hätte der doch was gemacht oder nicht ja aber nein wenn da ein Traitor hinten stand und einer stand vorne dann könnte der hintere ja nichts werfen oder so ach so du meinst dass beide da waren nö waren ja eigentlich alle da so nein ich sitz immer noch verstecken Nils hat keine Waffe in der Hand Nils Nils hau ab ja genau das macht es nicht besser ich hab nicht das Items versteckt das Items hängt irgendwo draußen an der Burgwand langweilig hier ja das kann doch trotzdem Mord verursachen Dic 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 ah das kann ja auch das ist Traitor was was wer sagt das denn jetzt warum Dane labert viel Quatsch in dieser Runde Dane labert viel Quatsch in dieser Runde so ein bisschen nicht dreimal was hast du denn in der Hand Diegel du hast es ne Granate Disco 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 Pogo Warum gibt es eigentlich zwei Defis einen Defri und ein Defi Leute ich bin aus dem von der Burg gefallen Alter du bist aus Benza ja ok wo bist du jetzt an den Talen tiefer Hallo Hallo Juli hat mir Brand geworfen Juli hat mir Brand geworfen Nein ich bin ne Gutes Mann Juli lass es Juli lass es Juli ist 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 es Juli sitzt schon wieder quer durch den Raum dann könnt ganz ehrlich man würdest nicht wundern wenn wir noch einen Jakal haben das kann auch sein aber dann könnte ja Juli ein Jacqual sein oder machen wir mal safe oder machen wir mal safe oh Gott jetzt weiß ich gar nicht mehr wie ich weiß ich vergesse es jedesmal wieder Wer ist es bei den anderen? Das ist nur ein Trumpsen-Flocke! Die ist die Deadringer. Die Flocke ist irgendwas, aber sie ist respawnt. Alex? Ja! Ich weiß nicht wo sie ist! Ja sie ist respawnt! Aber ich weiß wo sie ist! Oh, hi! Oh, hallo! Wo ist sie wachsen? Lass mich doch hoch! Auf einen der Außentürme! Alex sie ist hier unten! Alex sie sterben! Ich bin die Falle. Ich habe ja auch einen Credit bekommen, also das war sehr interessant. So eine weitere schöne Runde ist vorbei. Wir schauen mal was wir als letzte Map noch spielen. Wenn es euch gefallen hat, dann schauen wir mal vorbei. Wir sehen uns von diesem Mal wieder. Macht's gut, bis dann und ciao.